Muttertag in Mariendorf und der Weg zum Derby ist beschritten für die Hengste, die Wallacher und natürlich auch für die Stuten. Und die hatten ihren Auftritt im Trial 2 zum Diamond Wehren. Ein schöner Endkampf. Helena von Haithabu mit Heinz Wevering greift hier an, geht besser als Georgina Korner. Dahinter sitzt Juamua fest. Fünf Stuten fast auf einer Linie. Also die sollten alle am 1. August-Wochenende in Berlin wieder mit von der Partie sein. Ja und da sehen Sie am Ende ein Pferd mit dem Goldhelm. Roland Hülskat fährt Camon Hill. Ganz schwacher Starter. 20 Meter verschenkt in der Hengste-Abteilung. Auf der Überseite ist er dran am Feld und jetzt passiert Folgendes. Roland Hülskat nimmt heraus und fährt mit Camon Hill an den Gegnern vorbei, als wären die gar nicht da. Sehen wir hier schon den Derbysieger. Die Manier ist riesig, auch wenn natürlich bis zum 1. August Sonntag noch gearbeitet werden muss. Camon Hill hat das Kommando übernommen und im Einlauf wird er auch von Sir Michel nicht mehr beeindruckt. Er gewinnt den 14-7. Camon Hill, einer der Derby-Favoriten, ist gefunden. Zweite Rennbahn an diesem Sonntag ist Mönchengladbach und dort das Vierer-Wett-Rennen. Vondelpark, der Bahnspezialist, Mr. Zuverlässig. An der letzten Ecke hat er das Kommando übernommen. Robin Verkammen, aber die Gefahr kommt außen. Thomas Pancho mit Queens. Queens wird mächtig schnell, greift Vondelpark an und im Ziel Queens sicher gegen Vondelpark der Einlauf in Mönchengladbach.